hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar ihr seht es im titel wir gehen heute zelten ja leute ich gehe nämlich mit dem scar zelten heute eigentlich schon weil wir haben schon ein viertel vor eins auf jeden fall und ja leute wir gehen zelten auf dem campingplatz ich so ein flock habe ich mal gemacht ihr wisst es noch denke ich aber den habe ich wieder gelöscht keine ahnung warum ich weiß nicht warum ich habe aber auch egal deswegen kommt eine neue verfilmung sage ich einfach mal dazu aber wir gehen nur mit dem scar der andere ist jetzt mit dabei naja ist auch egal auf jeden fall leute würde ich sagen wir sind es dann wieder morgen früh heute abend keine ahnung auf jeden fall sehen uns wieder wenn ich wieder aufstehe sage ich einfach mal bis morgen und ja bis morgen so leute einen wunderschönen guten morgen wünsche ich euch auf jeden fall denn jetzt ist endlich bald soweit ich habe schon fast alle sachen zusammengepackt ich mache mich jetzt weiter und da würde ich sagen wir sind es gleich auf dem zeltplatz so leute wir sind jetzt auf dem campingplatz haben alles aufgebaut hat echt lange gedauert hier ist der wir haben echt grad relativ lange gebraucht mir tut so der rücken weh jetzt essen wir grad ravioli wir kriegen wir idioten kriegen natürlich netz den kocher an zeig euch mal so leute ich glaube man sieht es nicht so gut aber okay doch man sieht diese schnur hier die war eigentlich an diesem zelt hier dran so wie hier ja wie wir heute das zelt aufgebaut haben habe ich zum scar gesagt irgendeiner fällt da heute noch drüber ja wer ist drüber gefallen ich und habe das ding abgerissen geil jetzt bitte mal alle mal klatschen das wäre ganz nett ja leute hier ist schon alles bereit fürs grillen nach hier ist meine metzomix an dieser stelle auf jeden fall keine werbung oder werbung für die immer geld bekommen ja wenn wir geld bekommen dann immer gerne bucht uns ja wie gesagt hier chillen die fahrräder habe ich glaube ich auch schon gezeigt ja genau wir grillen hier auf jeden fall gleich und also mit der plastikverpackung genau mit der plastikverpackung die essen wir nämlich mit so gesund sind soll gesund sein genau auf jeden fall ja bis gleich so leute hier sieht man der grill ist schon an jetzt müssen wir warten bis er richtig heißen danke wenn ich die wirst ja drauf machen und dann können wir uns die erst mal und ja so leute hier sind auf jeden fall schon die wüscher drauf man sieht sie glaube ich nicht so gut da doch man sieht sie ja genau jetzt warten wir erstmal bis die gut sind und dann haben wir uns die erst mal rein und ja guck mal was der art noch so bringt auf jeden fall wird auf jeden fall noch später feuerwerk hier sein ich denke das werde ich auch noch filmen und so leute hier so viel war das feuerwerk ja sehr geil so leute das war dann aber auch wieder von diesem vlog weil wir reisen nämlich heute doch schon ab weil das wetter heute wie ihr hier sieht nicht mitspielt ist ist die ganze zeit bewölkt so den ganzen tag zu werden deswegen reisen wir früher ab ich würde das video trotzdem online stellen und ich hoffe euch hat es gefallen lasst gerne einen daumen nach oben da und ja ich hoffe der nächste vlog wird ein bisschen geiler aber wird er bestimmt und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und ciao bis zum nächsten mal